Der Javan will mich enden, eigentlich lassen wir den enden. Jetzt kommt's! Jetzt kommt's, jetzt kommt's, dass er schreibt. Ich gehe mal Google übersetzen, man. Der schreibt, if you have brain you can think. Dann schreibt er, well it feels like I'm hitting a wall like this. Und er bestilligt es. Aber I chared zu, wenn ich meine Dekken mache, ich habe das Gefühl, dass ich meine Dekken möchte. Der Refreuliche der eine Verkauf zu. Der Refreuliche, von der Refreuliche, was ich. Der Refreuliche, dann wird es die Dekken. Der Refreuliche, was ich zuieren? Ja, dann mal erbiet man. Oh! Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich brauche Stopwatch, mein Bild ist so aggressiv. Ich habe TP, das ist auch gut. Ich brauche eine Samra ulti. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh shit, end 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 end. Oh, ich mag das gar nicht gerade. Das sieht gut aus. Boah, das war ein geiles Game, Alter. Das war ein geiles Game. Unser Sylas ist wieder back, Alter. Wisst ihr, warum ich meinte, ich gewinne nicht auf Sylas? Aber die letzten drei, vier Sylas-Games haben wir alle gewonnen. Oh, das könnte ein Akali-Game werden. Boah, bitte geh nicht Poppy, Bro. Ich würde sehr gerne Akali hier spielen. Weil Akali, Leblah und Dash Champs sind gut into Syndra, aber ich werde geblockt von Poppy. Das heißt, wir gehen Ori. Sollen wir Ori into Syndra spielen? Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Oh, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Es ist okay, ein guter Trial. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, noch mehr. Oh, nice one. Let's go, guys. Not easy. Nein, bitte nicht, Mann. Ich will die ganze Wave nicht verlieren, Bro. Oh mein Gott, Mann. Ich habe gerade fast Schock bekommen, dass ich das alles verliere. Oh mein Gott, sollen wir das spielen? Boah, das ist so cocky. Oh, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Goooo. Ja. 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 Alles da, alles da. Nice, Mann. Das ist so. Jetzt wollen wir uns an Plate. Was ist ein Plate oder nicht? Mach doch den Plate, Bro. Meine W kam nicht durch. Ich spiele das aber auch wie ein Psycho, muss man auch zugeben. Ah meine W kam nicht durch, ich hätte warten müssen. Oh shit bro, wir sind in den 3-down-1-Tab, Alter. Ich habe das auch nicht gemacht. Ja, deswegen bin ich Merggs flinch gegangen. Habt ihr gesehen? Der hittet mich mit seinem wichtigsten Spell. Interessiert mich nicht. Alles so disgusting. Nimm seine Camps, oder? Wo ist die Syndra? Willst du einen Sportweb nehmen, Syndra? Oh, das hier. Guck doch, das hier. Und Sidestep, Sidestep. Das macht der Typ. Das macht der Typ. Ich kann das auch aufmerksam sein, oder? aten. Das ist einfach. Das ist ja die ganze Zeit... drin und will mich anehen und queuen und wehen und ich weiß nicht was der noch mal und will. Jetzt holen wir uns mal sicherheitshalber jetzt einen schönen stopwatch und counterplanen wir auch. Ja ich geh schon top Ach wir sind nur einmal gestorben dieses game. Als mich die Kamelle gekittet hat ich 1000 Gold shutdown gegeben. Ich dachte 8 0. Easy bro. Gib mir einfach Midlane. Was für Jungle, was für ADC. Ich bin Tristaner. ADC spiele ich ein Game. Ich spiele Lee Sin Jungle oder ein anderes Game. Was ist das? Was soll das sein? Die sehen ich habe eine Winner's Queue und dann wollen die mich direkt Film.